hey willkommen bei den co-rabbits martin ist wieder da ich lebe leute haus fast fertig küche noch nicht aber scheiß drauf das kommt dann nehme ich euch mit die ninjas stehen die ninjas stehen in den jahr stehen pull pork gemacht gerade frau geburtstag hat pull pork gemacht war super super gut echt noch mal wieder vor machen das ist geil aber dafür sind wir heute nicht hier wir wollen heute schlips testen schips das nicht damit anfangen also liebende schatz takis takis geiler ich habe ja schon tag im video gemacht wir gehen der reihe nach 10.000 skuvel oder so 20.000 skuvel 150.000 skuvel caroline wir fangen mit den an wir haben wir haben heute publikum das erste mal nicht ohne keine milch nichts für keine ausreden schärfe macht mehr nix ich bin ja keine ausreden das ist ja vollkommen schärfe resistent die sind schon eklig aus riechen tun ja nicht scharf da muss aber auch ein paar mehr von essen dann kommt das ihr gemacht das ist ja jetzt schon am schwitzen das ist aber bei dir warm ist alter und weil du fett bist so wie ich ich habe mich einfach fett genannt gerade während einer geburtstagsparty ist auch eigentlich echt dumm also volkano ist wie sie wie sie da machen wir gar nichts mit so kommt immer hier was scharfes die riechen schon schärfer und die sehen auch schon schärfer aus schärfer macht wir werden hier ausgelachen das ist mobbing das ist mobbing das ist chili mit lemon ich schmecke nur leider kein lemon das sind käseflips als holländer mag ich die 150.000 skuvel 150.000 skuvel habe ich gelesen ja aber schärfer macht nichts also die sehen auf jeden fall gar nicht scharf aus und die riechen auch nur nach käse das kann gar nicht schlimm sein ich bin ich bin ich bin schwer enttäuscht die schmecken nach käse chips mit nehmen wir noch ein bisschen trocken Tschüssi für die konkrete und die die caroline de reaper enttäuschen ist lach die fühche einfach das durch volkano von tongue мы itung Fuego von Takis. Leck mich am Arsch, Alter! Boah, mir brennt die ganze Fresse. Milch, habe ich doch gesagt, Milch. Was haben wir? Cola mit Whisky. Ich bin auch dafür, wir trinken keine Milch. Wir trinken weiter Whisky-Cola. Wir sehen uns. Taki? Ja, noch ein Taki. Wenn man einmal anfängt. Oh, guck mal, meine Tochter ist die Beste. Was ist das? Wasser? Das ist keine gute Idee eigentlich. Die ist schnelles. Das macht die Schärfe noch schlimmer. Man sieht dich trotzdem. Können wir raus? Können wir denen sagen, dass wir beim nächsten Mal was anderes machen, bitte? Beim nächsten Mal kochen wir wieder. Boah. Aber schön weiterfressen. Das ist immer eine gute Idee. Ja, wie so ein Idioter noch zwei nehmen. Milch. Ja. Boah, geht nicht mehr. Martin trinkt jetzt Milch. Becker dauert zu lang. Wie so ein kleines Mädchen. Ist noch ein Jockey. Ist so ein verdammter Angeber. Ich lege da Milch weg. Oh, nee. Also von mir ein ganz klares Schneiden. Also die Foliege und nein, danke nicht noch mal. Oh Gott, im Himmel. Mir brennt das ganze Fressbrett. Ich geh raus. Ich muss weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann kochen wir auch vielleicht wieder. Eure Cookrabbits. Eure Cookrabbits. Ei. Mich. Ich bin ein den Auge. Die 20- 30- 30- 30- 30- 31. Und das ist nun bei der Wunschung. Hh chantier. Und das ist nun bei der Wunschung. Wir werden mit der Wunschung unterscheiden. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Sch hunge. Vielen Dank.